Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Duranals Corbin Plays und zwar ein richtig, richtig geiles Video. Ihr wisst ja, ich bin der absolute Monitorzocker und seht ihr das hier Leute? Hier ist der größte Fernseher, den ich jemals gesehen habe und ich werde Black Ops 2, anders Theorie ging leider nicht, auf diesem Fernseher spielen. Natürlich habe ich trotzdem selbstverständlich meinen Scuff mitgenommen und ich muss auch noch Leute auf meinem Handy-Hotspot spielen, weil hier kein Internet ist. Sonst Leute, ich habe gerade einen Upgrade runtergeladen für das Spiel, weil es nicht meine Playstation ist. Ich habe gerade 400 MB Datenvolumen dafür verschwellen, also lasst mir auf jeden Fall gerne schon mal ein Like dafür da Leute. Und ich würde sagen, wegen den Connections-Problemen werde ich jetzt die ganze Zeit gebullshitted und bei jedem Mal, wenn ich gebullshitted werde, wird der Bullshit-Button gedrückt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde auf diesem Fernseher. Ich werde so schlecht sein, ich freue mich übelst. Bis gleich. Oh mein Gott, der Fernseher ist so groß. Let's go! Ich habe so ewig nicht mehr auf dem Fernseher gezackt. Oh mein Gott, Leute, ich werde so hart negativ gehen. Ja, Digga. So, let's go! Ich spiele auf dem Handy-Hotspot. Absolute one bar auf einem Fernseher. Ja, Digga. Ja. Oh, der Input-Lag ist unreal, Leute. Oh mein Gott. Ja. Ja, 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 ja. Hab ich ihn gemeldet, heilige Scheiße. Den Ska, find ich so vergewaltig. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Kommen, Digga. Nein. Nein! Haldin, Yasin! Digga. Oh mein Goooooooot! Na! Iiii! Das war Bullshit! Ich schwör, es war so Bullshit! Come on! Oh mein Gott, im Nahkampf bin ich nicht mehr so sch... So shit, Alter! Was?! Alles klar, hier nebenan ist gerade ein Skype-Meeting und ich schreie jetzt gleich richtig los! Komm Digga, ich wusste es, alle hier... Zwei geholt, jawohl! Ich bin trotzdem der Beste in meinem Team, wie ist das möglich? Oh mein Gott, ich melde so auf der Con, die müssen alle den... Bullshit detected, take precaution! Knopf drücken, Alter! Der Typ heißt IamChernobyl und der Typ hier hat wieder seinen PSN-Freischaltcode als Gamertag eingegeben. Ich habe mir jetzt das C4 eingeparkt. Wupp! Let's fucking... Ah, schade, Mann! Hätte ich den jetzt gäbe! Hey! Lass mal ein paar Fotzen ficken, Digga! Ja, Digga! Ja! Ich liebe das nur! Nein! Ich bin noch ein paar Kinder! Ich bin noch ein paar Fotzen! Ja! Ich bin noch mal ein paar Fotzen! Ich bin noch ein paar Fotzen! Wie grüßt ihr Pickparty! Nein! Okay Leute, versuchen wir mal einen frei für alle zu gewinnen. Das ist, denke ich, mal eine ganz coole Idee. Mit der MSMC auf Express. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. GG YouTuber, GG ist in der Lobby. Da freue ich mich natürlich schon drauf. Er ist hundertprozentig hier rechts gespawnt. Was? Okay. Okay Leute, komm, let's go. Let's fucking do this, let's fucking do this, come on. Okay, ersten haben wir. Ich habe jetzt kein schnelles Magazin oder so. Oh mein Gott. Du kleiner Streich. Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Hellstorm habe ich. Okay, komm, let's fucking go. Hör auf mit Doppeldreieck, Marcel. Du bist hier auf dem Fernseher am Spiel, der größer ist als deine Eltern, Alter. Guck. Oh mein Gott. Oh shit, egal, kaum egal. Das war wichtig, das war wichtig. Das was wichtigste meines Lebens ist frei für alle zu gewinnen. Nein, warum fängst du jetzt an zu snipen, Marcel? Du kannst doch nicht mal snipen, wenn du auf dem... Jaaaa! Auf dem Gottesfernseher spielst du auf dem dreck Banditue kannst du dich mal snipen. Hätt ich dir den Tor angegeben, hätt ich wenigstens einen Videotitel gehabt du dummes Stück Müll, Alter. Mein Gott, komm! Let's go, Alter! Komm! Let's fucking do this man! Oh mein Gott! oh mein gott leute das ist ja nicht mehr normal was erlebe ich hier ja wohl habt den blitzschlag erreicht leute perfekt video ziel absolut accomplished man ich melde auf meinem handy hotspot spielt aber jetzt nur über handy hotspot leute scheiß auf euren anbieter kündigt einfach ruft an und sagt es ist vorbei gnadenlos sogar ich hab ihn so gebullshitet das ist nicht mehr normal ja komm blitzschlag so ohne die helft auch noch mal raus hier vielleicht kriegen wir ja diesmal ein ich komme weg damit was wo waren diese beiden gegen das war die schlimmste killcamp 37 37 auf dem fernseher hier noch weiß da habe ich gerade gespielt 37 ja wenn es euch gut gefallen hat die killcamp als nicht mehr normal alter das auf jeden fall gern leicht dafür da ich hab's ein bisschen zusammengeschnitten und dann würde ich noch sagen leute haut rein bis zum nächsten mal leute tschüss